Rettifilo Du solltest ungefähr 290 Sachen machen, bevor du etwa 160 Meter vor der ersten Schikane stark abbremst. Einige Fahrer nehmen diese Kurve im zweiten Gang bei niedrigen Umdrehungen und ziehen voll über die Curbs. Allerdings ist der erste Gang sicherer, gerade bei dieser langsamen Wende. Die Beschleunigung ist der nächste schwierige Part. Verwende dazu ruhig auch die Randsteine, aber pass auf deine Geschwindigkeit auf, sonst landest du auf den hier platzierten Stoppern, die das Kurvenschneiden verhindern sollen. Die Curbs in der Kurvenausfahrt haben eine starke Schräge, die den Wagen schnell nach rechts ziehen. Du musst also ziemlich gegenlenken, bevor du den Wagen wieder auf dem Asphalt hast und Gas geben kannst. Gib Jens richtig Stoff und ziehe mit voller Fahrt durch die Curva Bassono bis zum Bremspunkt der zweiten Schikane. Variante della Roccia Zweite Schikane Vor der Brücke hart bremsen und runter in den zweiten oder sogar ersten Gang. In der Bremszone gibt es starke Unebenheiten. Man muss also früher bremsen als eigentlich erwartet. Verlasse die Kurveneinfahrt so spät wie möglich, damit dir die Schikane etwas mehr Raum gibt und versuche mit etwa 100 bis 110 kmh um die Kurve herumzukommen. Nimm jetzt links ruhig etwas vom Fahrbahnbegrenzer mit und rechts gleich darauf genauso. Achte hier auf die Stopper am Fahrbahnrand und die linken Curbs, die deinen Wagen mit ihrer Neigung schnell nach außen ziehen. Lesmo 1 sollte bei etwa 145 kmh im dritten Gang genommen werden. Am 50-Meter-Schild solltest du anfangen zu bremsen und den Wagen mit neutralem Gas durch den Scheitelpunkt der Kurve führen. Die rechten Randsteine sind sehr uneben und können den Wagen leicht zum Ausbrechen bringen, also nicht zu hoch auffahren. Jetzt kannst du wieder Vollgas geben und dich im vierten Gang über die linken Curbs in Richtung Lesmo 2 katapultieren. Lesmo 2 ist etwas schwieriger zu nehmen als Lesmo 1 und sollte im zweiten oder dritten Gang bei ungefähr 120 kmh gefahren werden. Viele Fahrer vermeiden den rechten Curb im Kurvenscheitel, weil der Wagen schnell die Balance verliert und die Beschleunigung dann nur schwer umgesetzt werden kann. Andererseits sind die rechten Randsteine der direkteste Weg durch diese Kurve. Sobald du den Scheitelpunkt hinter dir hast, solltest du den linken Kurvenaustritt mit Samtrandstein zum Beschleunigen verwenden. Aber aufgepasst! Das Kiesbett kommt hier sehr nah an die Fahrbahn heran. Ein kleiner Streifen Rasenpflaster kann dir bei der Beschleunigung und Ausfahrt in Richtung Ascari sehr nützlich sein, solange du auf der Ideallinie bleibst. Falls du Lesmo 2 sauber hinter dich gebracht hast, solltest du Ascari mit ungefähr 280 Sachen erreichen. Diese Links-Rechts-Links-Schikane ist ein echtes Stück Arbeit. Dir wird beim Bremsen auf dieser abschüssigen Strecke sicher auffallen, wie uneben und holprig die Bremszone ist. Bleib immer schön auf der rechten Seite und bremse ab etwa 175 Metern. So lassen sich zumindest ein Teil der schlimmsten Buckel vermeiden. Lenke im dritten Gang und neutralem Gas in die Kurve ein und fahre ruhig auf die Curb im Scheitelpunkt. Jetzt musst du den Wagen nach rechts in den ausgedehnten Teil der Schikane steuern und Umdrehungen und Gas so dosieren, dass du den linken Randstein auf dich zukommen siehst. Fahre jetzt links ran und nimm so viel von der Curb mit, wie es geht. Lass den Wagen über die volle Breite der Strecke auf die rechte Seite laufen und nutze so viel von der Seitenbegrenzung, dass du dir gerade noch das Kiesbett vom Leib hältst. Jetzt mit voller Beschleunigung in Richtung Parabolica. Parabolica ist eine der wichtigsten Kurven auf der Strecke. Deine Ideallinie und Geschwindigkeit wird darüber entscheiden, ob du auf der Zielgeraden deine Mitfahrer abhängen kannst oder eben nicht. Bist du in der Einfahrt zu schnell, sammelst du dir massig Abrieb ein und kannst deinen Konkurrenten aus dem Kiesbett heraus gute Fahrt wünschen. Bremse bei 125 Metern ab und schalte runter in den dritten Gang. Schlage früh in die Kurve ein und lass dich mit etwa 135 bis 145 kmh durch den inneren Teil tragen. Sobald du das gelbe A-Chip-Banner siehst, solltest du deinen Wagen langsam von der Leine lassen und in den vierten Gang hochschalten. Dabei driftest du sanft nach links, aber das ist okay. Pass nur auf, dass du nicht zu weit herausgetragen wirst. Wenn du jetzt das Gras berühren solltest, wirst du feststellen, wie hart eine Leitplanke wirklich sein kann. Also Augen auf! Rettifilo Rettifilo Rettifilo